Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier. Mein Name ist Moniz Braun und heute geht es um das Thema zu technische Kommunikation. Wie kann man eigentlich so kommunizieren, dass der Gegenüber es direkt versteht, vor allem auch online, weil die Herausforderung oft ist, dass wenn man in einem Gespräch sitzt, was erklärt, es viel einfacher zu verstehen ist, wie wenn man das Ganze dann online in Videos oder in Bilder verpackt. Viel Spaß dabei. Also ein Thema, was alle im B2B eigentlich fast betrifft, ist das Thema Kommunikation. Ja, man kennt es, Kommunikation ist ein sehr weit gefasster Begriff. Was bedeutet das aber eigentlich genau, vor allem jetzt auf die Online-Welt übertragen? Und da ist es oft so, da gibt es dieses Sprichwort stumpfes Trumpf. Das bedeutet, was du verstehen musst ist, wenn ich jetzt online auf meinem Handy oder am PC durch Social Media scrolle, dann bin ich in einem Modus von meinem Gehirn, wo ich ja irgendwie auch eine gewisse Ablenkung suche. Ja, das heißt, ich gehe jetzt auf Social Media, weil ich mir gewisse Sachen anschauen will. Ich will eine kurze Auszeit von meiner Arbeit oder ich sitze im Bus irgendwo. Also ich brauche irgendwas, was leicht konsumierbar ist. Das bedeutet, wenn man da jetzt extrem viel Fachjargon benutzt, spezifische Fachwörter, die man vielleicht die Zielgruppe auch kennt, aber die sehr, sehr schwer zu verarbeiten sind. Ja, also man hat halt eine Aufmerksamkeitsspanne und das Gehirn muss ja die Sachen verarbeiten. Und umso länger Sätze sind, umso länger etwas erklärt wird, umso schneller gesprochen wird, umso spezifischer und mehr Fachwörter man benutzt, umso schwieriger wird es für mich, das zu verstehen, umso mehr Energie muss ich aufwenden. Das bedeutet, wenn du online was machst, egal ob jetzt auf LinkedIn, YouTube oder Meta, ja dann Videos machst zum Beispiel, dann achte darauf, dass diese kurz und knackig sind. Ja, dass du nicht zu technisch kommunizierst, sondern, oder in deiner Fachsprache, sondern wirklich so kommunizierst, dass es einfach zu verstehen ist. Dass der Gegenüber direkt versteht, ah okay, darum geht's. Ja, es ist irgendwie, ich kann den Einkaufs erleichtern, ich kann den Vertrieb erleichtern, ganz einfache Sprache einfach. Man kann auch ab und zu mal Fremdwörter nutzen, ja, um nochmal sozusagen zu filtern, sollte es aber nicht übertreiben. Und gerade im B2B ist es so, dass es eher eine Neigung zur Übertreibung gibt, anstatt, dass man es einfacher erklärt. Wenn du jetzt also zum Beispiel ein White Paper schaltest oder eine Videoanzeige schaltest für eine Demand-Chain-Strategie, dann solltest du dir überlegen, okay, was für Informationen will ich dort weitergeben? Will ich da wirklich jetzt super spezifisch über ein kleines Thema sprechen oder will ich auch mal ein bisschen breiter reingehen? Und die Antwort ist, beides ist wichtig. Ja, also man sollte jetzt nicht nur super spezifisch über ein kleines Thema sprechen und das die ganze Zeit, sondern auch gerne mal das ganzheitliche Thema mit abholen, ja. Beispiel, wenn du eine Softwarelösung hättest im Bereich HR, dann kann man auch über den allgemeinen IT-Fachkräftemangel sprechen. Ja, warum ist das gerade so in Europa, in Deutschland? Wo führt das hin? Welche weiteren Herausforderungen bringt das mit sich? Und dann kann man auch über die Software oder die Lösung sprechen, ja. Oder die Dienstleistung in dem Bereich. Aber nicht immer nur über die Lösung sprechen, sondern halt auch über das Problem, über naheliegende Probleme. Und das ist bei so einer Strategie sehr, sehr wichtig. Deswegen überleg dir, bevor du jetzt eine Anzeige schaltest oder auch einen Post machst, wie kann ich es so einfach kommunizieren, dass es leicht verständlich ist. Es gibt so eine Regel, dass man irgendwie auch sagt, im Schreibstil, im Copywriting, fünf Wörter pro Satz sind sehr einfach zu verstehen. Das stimmt, man sollte jetzt nicht auf Krampf jeden Satz irgendwie nur mit fünf Wörtern machen, aber man sollte es auch nicht zu sehr verschachteln. Was ich immer wieder sehe, egal ob gesprochen oder geschrieben, es werden viel zu viele verschachtelte Sätze benutzt. Und dadurch ist es schwieriger, es zu verstehen. Deswegen da auch auf den Schreibstil achten, auf die Sprache achten, dass es nicht zu sehr verschachtelt ist. Denn vor allem bei einer Demandischen Strategie ist es so, wenn du mit Videos arbeitest, versuche es so einfach wie möglich zu kommunizieren. Also mach Videos, die einfach das Problem beschreiben, die ganz einfach die Lösung beschreiben, die Herausforderung darstellen. Erzähle, was dich unterscheidet von der Konkurrenz zum Beispiel. Was kostet es, dich nicht zu buchen? Also ganz einfache Sachen ein bisschen erklären, das ist dort sehr, sehr wichtig. Die meisten B2B-Unternehmen kommunizieren auch nur so technisch, weil sie im Alltag die ganze Zeit mit den Themen zu tun haben. Das heißt, man hat irgendwann so eine Brille auf und seine Scheuklappen an und spricht nur noch in dieser Sprache, weil man mit dem Kunden zum Beispiel eng zusammenarbeitet. Aber Kunden, mit denen man noch nicht zusammenarbeitet oder die das noch gar nicht verstehen, die können gar nicht auf dem Level dann mit kommunizieren. Und das ist oft ein Problem, dass man sozusagen in seinem Daily Business ist. Man spricht so immer und dann überträgt man das auf die Werbung. Problem, es versteht keiner oder man versteht es nicht direkt, weil ich muss ja innerhalb von einer Sekunde erkennen, ist das Thema relevant für mich oder nicht. Wenn da jetzt im ersten Satz schon drei Fremdwörter drin sind, dann sagt mein Gehirn unbewusst, Skip, übersprings, übersprings, ist zu anstrengend. Ich will leicht konsumierbaren Content erstmal. Und dann, wenn das interessant ist, dann kann man auch in die Tiefe gehen. Aber am Anfang, gerade am Anfang, ist es wichtig, leicht, verständlich zu kommunizieren. Und dann kann man das Ganze vertiefen und da dann auch ein bisschen mehr in spezifische Themen reingehen, Fremdsprachen, Fachwörter, wie auch immer. Also, bevor du jetzt das nächste Video machst, die nächste Anzeige schaltest oder den nächsten Post, überleg dir wirklich, wie kann ich es so einfach kommunizieren, dass es der Gegenüber direkt versteht. Lies es nochmal durch. Ich zeige es vielleicht auch mal jemandem, der gar nichts mit dem Thema zu tun hat und frage, verstehst du, um was es dort geht. Das ist immer ein ganz guter Weg, um festzustellen, ob du zu sehr am Fachscharkor bist oder du schon so kommunizierst, dass es der Gegenüber direkt versteht. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Dein Maurice.